Niki von Tempelhoff ist ein deutscher Schauspieler, Leben und Werk. Niki von Tempelhoff wurde in Nordrhein-Westfalen geboren. Kurz nach seiner Geburt zog die Familie in die Niederlande, kehrte aber nach Deutschland zurück, als von Tempelhoff 15 Jahre alt war. Er absolvierte seine Schauspielausbildung von 1986 bis 1989 an der Otto-Falkenberg-Schule in München und hatte sein erstes Engagement an den Bühnen der Stadt Köln, deren Ensemble er von 1990 bis 1993 angehörte. Weitere Stationen seiner Bühnenkarriere waren das Hamburger Thalia-Theater und das Burgtheater in Wien. Seit 1993 hatte von Tempelhoff darüber hinaus Engagements an den Münchner Kammer-Spielen am Staatstheater Stuttgart, am Theater des Westens in Berlin, am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Wiener Rabenhof-Theater sowie erneut in Hamburg am Deutschen Schauspielhaus, am Sankt-Pauli-Theater an den Kammer-Spielen und am Ernst-Deutsch-Theater. Die Bandbreite seiner Theaterlaufbahn umfasst Rollen in Stücken wie die drei Groschen-Opa-Mutter-Courage-Wedem, der Lüg-Pan-Tesilea, Romeo und Julia oder Time-Rocca unter der Regie namhafter Regisseure, a. Jerome Severi, Robert Wilson, Peter Zadek oder Jürgen Flimm. Seit 1996 arbeitet Nicky von Tempelhoff daneben umfangreich für Film und Fernsehen. Dabei ist er sowohl als Gast Schauspieler in gängigen Krimiserien wie Soko Köln, Der Alte oder Küstenwache als auch in Literaturverfilmungen von Inga Lindström und Rosamunde Pilcher zu sehen. Nicky von Tempelhoff hat zahlreiche Hörbücher aufgenommen, Darunter die Seefahrt nach Rio von James Criss und eine kindgerechte Fassung von Die Räuber von Friedrich von Schiller. Aus einer Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Marie Bäumer, von der er sich im Juli 2009 trennte, hat Nicky von Tempelhoff einen Sohn. Er spricht fließend Englisch, Französisch und Holländisch und spielt Gitarre und Schlagzeug. Nicky von Tempelhoff lebt in Hamburg. Filmografie 1996 Der Streit 1997 zu 1999 Ärzte 1999 Delta-Team-Auftrag geheim, falsches Spiel 1999 Stubbel von Fall zu Fall, kein Tod ist wie der andere 1999 Die Männer vom K3 Jugendliebe 2001 Kommissar Rex der Blüff 2001 Das Experiment 2002 2002 Polizeiruf 110 Grauzone 2003 Tatort schattenlos 2003 Rosamunde Pilcher Sternschnuppen im August 2004 Ein Fall für zwei Ticket ins Jenseits 2004 Die Rettungsflieger Rabenväter 2005 In aller Freundschaft gestern und morgen 2005 Küstenwache Wettlauf gegen die Zeit 2005 Der Alte Himmel und Hölle 2005 Soko Köln Tod auf der Lula 2005 Inga Lindström Der Weg zu dir 2006 zu 2007 Die Familienanwältin 2006 Der Bulle von Tölz Kochkünste 2006 Soko Kitzbüh Klinisch getestet 2007 Gg19 Deutschland in 19 Artikeln 2007 Soko 5113 Tödliche Spekulation 2007 Stubbel von Fall zu Fall Schmutzige Geschäfte 2008 Notruf Hafenkante Offene Rechnung 2009 Inga Lindström Das Erbe von Granlunda 2010 Pfarrer Braun Kur mit Schatten 2010 Rosamunde Pilcher Wohin du auch gehst 2010 Das Traumschiff Indien-Summer 2010 Der Alte Oder du stirbst 2011 Großstadtrevier Die Warnung 2011 Der Berg Doktor Wunschvorstellungen 2011 Soko Stuttgart ans Messer geliefert 2011 Forsthaus Falkenau 2012 Der letzte Bulle Und raus bist du 2013 Soko Köln Das Bankgeheimnis 2013 Heiter bist tödlich Akte Ex Waschen Schleudern Morden 2014 Inga Lindström Der Traum vom See an See 2014 Soko Wiesma Omelette Surprise 2014 Die Familiendetektivin Wurzeln 2014 Kükex Kind 2015 Engel der Gerechtigkeit Geld oder Leben 2016 Alarm für Cobra 11 Die Autobahnpolizei Tricks 2016 Heiter bist tödlich Hubert und Staller Schnapsidee Auszeichnungen 2011 Rolf Mahres Preis für die Darstellung des Jeffrey Skillingen Änderin von Lucy Präbel an den Hamburger Kammer spielen 2012 Preis der deutschen Schallplattenkritik für das Hörbuch Die Seefahrt nach Rio 2006 2006 war das Ensemble der RTL Serie Die Familienanwältin für den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Serie nominiert 7 8 9 8 9 10 10 11 10 11